Sie suchen ein komfortables Auto mit genug Platz für die ganze Familie, aber trotzdem mit geringem Kraftstoffverbrauch? Dann könnte dieser Hyundai genau das sein, was Sie suchen. Dieses Hybridauto verfügt über einen Benzin und einen Elektromotor. In Kombination mit der Automatik macht das das Auto sehr komfortabel und gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie verfügen in diesem Hyundai über eine Klimaautomatik, einen Regensensor und einen Bordcomputer. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.